Musik Wenn man die Tiefkühltunum vor 15 Jahren anschaut und das sind Tiefkühltunum heute, ist das kein Vergleich mehr. Wir haben mittlerweile hier in unserem Markt 70 laufende Meter an Tiefkühltunen. Musik Die Spannen im Tiefkühlbereich werden immer besser. Das macht natürlich das ganze Sortiment auch für den Kaufmann immer additaktiver. Musik Wir verzichten im Tiefkühlbereich bewusst auf Wegweiser und auf Beschilderung, weil wir unsere Tiefkühlabteilung doch auch in der Höhe und in einer Bauart haben, dass man von jeder Seite eigentlich alle Truhen einziehen kann. Musik Auch im hochwertigen Sortiment haben wir viele Sachen für unser Kundenangebot. Auch hochwertiges Eis aus Italien Tank gemacht. Musik Elektronische Preisauszeichnungen setzen wir mittlerweile in allen neuen Märkten um, da wir einfach gemerkt haben, wir haben eine wahnsinnige Zeitersparnis Woche für Woche. Die Tiefkühlabteilung ist ein wachsendes Segment, vor allem in unserer heutigen stelllebigen Zeit. Also beim Tiefkühl sind es bei mir auch doch die Tiefkühlpizzen, die ich recht gerne mal mit nach Hause nehmen würde. Musik 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 Musik